ja halli hallo und ein herzliches willkommen zurück zum final fantasy 15 wir sind auf der chocobo farm ich habe ja noch einen jagdauftrag und dann schauen wir uns heute mal noch bei königsgräber an erstmal gucke ich aber mal habe ich hier was ich nehme es euch nicht krumm wenn euch der job eine nummer zu gefährlich sein sollte ja was essen kann wollte ich sagen sieht aber tatsächlich nicht so aus na gut so kann ich denn irgendwo einen chocobo rufen irgendwie ging der doch weiss noch gerade nicht mehr wie gar nicht zur karte lauf mal ein stückchen richtung ziel vielleicht geht es ja dann berufen los kleiner so läuft das mal gemütlich weiter gehts radio hier sind viel zu viele insekten hier gut ist der wald so an sich ganz kurz schreit mich hier gerade an um und Vielen Dank. So, irgendwo in die Richtung sollte der Jagdauftrag sein. Da ist nur nachts verfügbar. Deshalb... Bin ich jetzt nachts unterwegs? Der Chocoball hängt aber auch oft fest, ne? Bloß, hier ist jetzt ein Zaun und ich komme ja nicht ra... Ach doch, ich komme raus, gut. So, ich hoffe mal tatsächlich, die Sicher tauchen nicht während des Kampfes auf. So, ich hoffe mal. So, bist du das? Ja. Boah. Alles klar? Alles zum Gründerhaus. Schau, als wird er den Verstand verloren. Äh... Almanoktis? Ich hab doch geblockt. Frag mich manchmal schon, was das soll, ne? Ich verliere ja wieder richtig viele LP. Ich hab, denke ich mal, ein Elixier einwerfen müssen. Ich bin froh, dass wir den überhaupt überlebt haben. Da hinten ist noch eins. Achso, ne, das ist der Dings. Ähm... Nicht unser Tag heute. Wir haben Gesellschaft! Uuuuuh... Ein Runde, die ist ja schon allein. So. Mit Chocobo ist das Ganze doch ein bisschen sicherer. Ja? Als wenn ich zu Fuß laufe. Chocobo ist laufe ein bisschen schneller. Da... Ich auch sind schon nicht ohne. Jetzt springt er mir über den Zaun! Haleoh! Springen! Jawoll! Lassen wir die Wanne sprechen. Star! Lassen wir die Waffe sprechen. He- années! Magi-Tech-Soldaten. Ja, das ist nice. Sollte, dass Arinea nicht als Beschwörung zählt, ne? Ich bin müde. Ist ja auch schon ziemlich spät. Bin auch mal gespannt, wann ich hier das erste Mal beschwören kann, tatsächlich. Das ist ja leider hier ziemlich zufallsabhängig. Danke. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Hat sich ausgesiegt. Ich geh dann mal. Danke dir. Schön auf dem Teppich bleiben, Noctis. Okay, gut. Womit kann ich heute dienen? Mit der Belohnung für den Jagdauftrag. Und wieder sicherer. Genau. So. Und sonst? Alles in Ordnung bei euch? Ach, jetzt kann ich was essen oder was? Wie wäre es mit einer Tüte gesunder Gisartchips? Ich weiß gar nicht, ob ich den Chocomoppel-Bürger schon gelernt hatte. Das sieht schmackhaft aus. Anscheinend. So, was haben wir denn hier noch? Diese Bieste machen uns schwer zu schaffen. Gewitter über dem Malachi-Hügelland. Stimmung nachts. Jagdziel Blitzbomber. Fünf Stück. Ich nehme ihn mal an. Mach den aber jetzt nicht. Denn, ich würde gerne erstmal zum nächsten Königskrab. Das Problem ist, es ist nachts. Wollte mir. Eigentlich so war zumindest der Plan. Dann eine EP aufheben. Ist natürlich doof, aber ohne Übernachtung. Jetzt bis früh warten. Wartet mal, wo ist denn das? Wartet mal, wo ist denn das? Einmal. Und dann. Ähm. ich habe doch gerade den jagdauftrag angenommen und ich was nützen mir all meine informationen wenn wir hier auf der ranch die hände gebunden sind ist also noch nicht mal gespielt an ich habe keine ahnung wo ich die jagdaufträge einziehen konnte womit kann ich heute dienen wie wir es mit einer kleinen stärkung ich hatte den noch nicht angenommen auch nicht schlecht hoch nicht schlecht so jetzt müsste ich dann aber auswählen können ja bitte also in der nähe von den refugium ok los kleiner 450 meter in die richtung denn und wir uns das mal an du sitzt da auf einem chocobo wie könnt ihr die füße wehtun junge sehr schlechte sicht putz deine Brille. Danke für den Tipp. Ha! Äh... Altbank? Ich hab doch Eissauber, ne? Eieiei! Asta, das müssen wir uns wieder aufladen. Alta! Kommen die mal zum Heilen, ne? Ja! 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 So, warum schön blocken? Ja! 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 Probleme? Mach dir um mich keine Zeit. Ja! Okay, Eissprecher scheint hier nicht viel zu bringen, tatsächlich. Boah, ey! Ich muss ein bisschen auf meine Lebensleiste aufpassen. Weil die Typen sind nicht ohne. Ja! Man drückt halt blocken und es bringt halt nichts in dem Spiel manchmal, ne? Ist mir auch schon ein paar mal aufgefallen. Wie ist hiermit? Ah! Das war ja nicht schwer! Wir verstehen uns! So, schönen Warbeingriff mal ausgeführt. Und tschüss! Jawoll! Oh Mann! Hab ich vielleicht nen Durst! Ich bin am... Bis dann? Bis dann? Oh, das sind die da unten. War ja auch ein harter Kampf. Ja, die sollten wir schaffen. Jetzt lege ich los! Übernimm dich bloß nicht! Selber! Also dann! So! Noch was? Irgendwo... Auch noch ein Schatz liegen. Seh ich jetzt allerdings nicht. Ich hab auch jetzt keinen Bock. Ihnen wird hören und sehen vergehen. Um mich auf die Sicher zu stürzen. Und dann... Weg drauf! Nicht jetzt! Also dann! Mein Gott, ey! Anstatt dass wir einfach auf den Chocobo steigen, loslaufen. Ich kann euch nicht mal sagen, wenn's hier tatsächlich hell wird, in welcher Uhrzeit. Endlich sind wir da! Danke! Jo! Braver Junge!